Ihr packt so langsam aus, Foto, Foto, Foto und ich sehe, es sind ja nicht nur zwei Lastenräder, es zieht sich jetzt über den roten Teppich, ich würde mal gesagt, 15, 20 Meter jetzt in die Länge, das sind alles Unterschriftenlisten, die in den Lastenrädern drin sind und die brauchen wir jetzt so ganz langsam, aber sicher hier auf der Bühne zu unserer symbolträchtigen Aktion und ich ziehe dafür jetzt mal vorsichtig alle Tische zurück. So, das sieht doch schon gut aus, also Landtagsabgeordnete jetzt gerne auch auf die Bühne mit Frau Ministerin und natürlich den Vertreterinnen und Vertretern des ADFC. So, Thomas und Ute, jetzt seid ihr erstmal da, ich hoffe ihr atmet kurz durch. Wir nehmen mal so, wenn es kommt, wir nehmen mal ein, wir nehmen mal so. So, jetzt kommt das Banner noch dazu. Ja, ich bin. Ja. Und es ist immer noch nicht fertig, unsere kleine Unterschriftenmauer, so würde ich sie nennen, die wird ja immer breiter und gleich wahrscheinlich auch ein Stück höher. Das ist ein tolles Symbol, finde ich, einfach ganz toll. Sieht hoffentlich von unten oder aus der Entfernung auch richtig gut aus. Das ist natürlich jetzt auch symbolträchtig, wenn man vor lauter Unterschriften die Ministerin nicht mehr sieht gleich. Das können wir aber sonst nochmal hochhalten, ganz langen Finger können vielleicht das oben drüber hängen. Also die Abfahrt der Fahrradkolonne muss ich jetzt ein bisschen noch verzögern, tut mir ein wenig leid, aber das hat natürlich jetzt Vorrang, auf was wir so hingearbeitet haben, dass das jetzt so einen großen Abschluss findet heute und es funktioniert offenkundig sehr schön. Und ich glaube, jetzt kommt das Allerwichtigste von euch, das Banner mit der Zahl der gesammelten und hoffentlich dann auch gültigen Unterschriften. Und ich bin gespannt, die Zahl der Zahlen. So, es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ist es vierstellig? Ist es fünfstellig oder ist es noch mehr? Können wir das noch toppen? Da kommt noch ein bisschen mehr. Und jetzt wird es entscheidend. Das sind 206.687 Unterschriften. 66.000 sind am Ende nötig, um den Landtag mit diesem Thema zu beauftragen. So, großes Kompliment, könnt ihr euch alle selber machen, vor der Bühne auf dem Platz, aber im ganzen Land Nordrhein-Westfalen. Was das jetzt zur Folge hat, haben wir schon ein bisschen erklärt vorhin hier auf der Bühne. Mit diesen 206.687 Unterschriften, die hoffentlich von den Behörden auch geprüft worden sind. Ihr kriegt von mir gleich noch inoffiziell ein paar Listen, die sind heute erst hier eingegangen. Jetzt stelle ich noch ganz schnell vor bei dieser Gelegenheit, dass hier neben mir ist Dr. Ute Simanski. Sie ist engagiert in Köln vor allem für das Fahrrad- und Aktionsbündnis Aufbruchfahrrad. Ist eigentlich dein Baby, ne? Naja, also dieses Baby hat so viele Eltern, die hier auf diesem Platz stehen. Das ist unser aller Baby. So, und zur anderen Seite ist Thomas Semmelmann aus dem, der Landesvorsitzende des ADFC in Nordrhein-Westfalen. Thomas, es hat euch Kraft gekostet, auch am Ende beim Strampeln, wahrscheinlich durch die Mittagssonne. Aber jetzt seid ihr hier und wie, was glaubst du, wie geht es jetzt für dich auch weiter und euch? Also erst mal muss ich sagen, ein riesen toller Empfang hier in Düsseldorf. Das habt ihr geil gemacht! Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr noch alle hier seid, dass die Ministerin hier ist und dass wir gleich gemeinsam durch Düsseldorf fahren und es allen zeigen, wie geil das ist, mit dem Fahrrad wirklich durch eine autofreie Stadt zu fahren. Ich will ja jetzt nicht hier sagen, wir schaffen das, dass das Düsseldorf autofrei wird, aber wir wollen weniger Autos haben, weniger Autos hier in Düsseldorf. So, wir haben gerade schon mit der Frau Ministerin eine ganze Zeit gesprochen, während ihr unterwegs wart. Insofern haben wir auch das Prozedere jetzt schon erklärt, wie es eigentlich weitergeht. Sie sagt, es gibt viele im Landtag, aber auch in den Ministerien, auch im Verkehrsministerium, die sich dieses Themas inhaltlich jetzt schon annehmen. Und bis November werden wir aller Wahrscheinlichkeit eine Entscheidung kriegen vom Landtag. Ist das für euch etwas, was wollt ihr jetzt noch machen, damit das vielleicht doch noch ein bisschen mehr Druck bekommt, außer die Unterschriften? Naja, also diese Unterschriften sind ja schon ein Wahnsinnssignal. Wir hätten 66.000 Unterschriften gebraucht, wir haben mehr als dreimal so viel gesammelt. Also ihr alle, wir alle zusammen. Und das ist ein wahnsinnig starkes Signal. Und wir denken, dass der Ball jetzt erstmal durchaus im Feld der Politik liegt. Und wir freuen uns wahnsinnig auf die vielen tollen Ideen, Konzepte. Und natürlich sind wir sehr, sehr interessiert daran, mit der Politik gemeinsam diese Konzepte zu entwickeln. Aber erstmal ist jetzt die Politik am Zug. Ja, Frau Heinen-Esser, haben Sie einen VW-Bus? Nee, nicht VW. Es muss irgendein Transporter auf jeden Fall her, mit dem Sie das jetzt abtransportieren. Wie geht es jetzt genau weiter? Das ist jetzt mal die intelligenteste Frage überhaupt. Wir leihen uns jetzt einfach mal die Lastenfahrräder aus und dann wird das da oben zum Landtag gebracht. Und dann stapeln wir das im Foyer des Landtags. So würde ich das jetzt mal machen. Okay, wir haben jetzt hier noch ein paar symbolische Unterschriften, Liste.